Fünfgang Reis. Auf Richter Position 1, unverändert, Christoph Leibold, herzlich willkommen, dann auf der 2 Carina Heller, auf der sagen wir Hallo, auf der 3 sehen wir Carsten Eckert, Position 4 hat Nikolai Thü, willkommen und dann Lutz Lesner auf der 5, damit sind wir komplett und starten in die nächste Runde. Fünfgang Reis, Ralf Vohleib mit einem Sohn von Gambö Roskjau aus der Naila Roskardi und das ist Ellen Dürr vom Schwäbischen Wald. Ralf beginnt, alles Gute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.